ja liebe freunde und damit ein herzliches willkommen zurück zu let's play prison architect und wir sind mittlerweile in version alpha version 28 also alpha v 28 und da hat sich so einiges getan und das möchte ich euch jetzt erst mal kurz erklären wir fangen mal an und zwar hier oben in der normalen version also ohne ohne mod ohne diesen jva mod der jva mod wurde leider noch nicht geupdatet haben wir hier oben drei buttons also wir haben die button sowieso man sieht es hier nicht und zwar haben wir jetzt den forschungs button den haben wir jetzt links oben und in der forschung an sich ist auch ein neuer eine neue abteilung gekommen und zwar micro management da komme ich gleich dazu und dann werden wir jetzt gleich mal erforschen nur mal so nebenbei am rande so dann haben wir hier gefängnis wertung haben wir noch nicht weil wir noch keine zehn gefangenen klassen haben und ein hauptmenü button da sich irgendwie leute naja in anführungsstrichen beschwert haben oder sich gewünscht haben dass ein button ist normalerweise macht man es ja mit es geht auch so ja das war erstmal die buttons so dann haben wir hier unten auch noch buttons wie gesagt der forschungs button der ist raus den haben wir jetzt da oben für nick persönlich selber nicht so gut weil ich fand besser dass der hier unten ist aber na gut kann man sich darüber streiten ob das gut oder schlecht ist so dann haben wir bei den räumen und auch bei den gegenständen haben wir jetzt eine eine suchleiste da kann man zum beispiel ein tippen fenster fenster und dann haben wir hier alle möglichen verfügbaren fenster gibt es auch bei räume und bei materialien bei materialen gibt es nicht und hier dann auch nicht aber bei der versorgung weil da so wenig gibt also nur bei den vier bei den reitern wo so viele sachen sind hier wie bei einrichtung und bei räumen ja es nette gimmick ob es jetzt unbedingt wichtig war weiß ich nicht also für mich war nicht wichtig weil ich mittlerweile weiß wo alle sachen so sind und wenn ich suche ich halt ein bisschen aber geht immer noch schneller als weg da war ein tippe aus meiner sicht gut das war das micromanagement habe ich erklärt neuer forschungs button so dann haben wir hier stationierung und wir haben jetzt ein extra button logistik der war ja sonst immer bei der stationierung hier mit drin hier ins unten der ist jetzt hier raus jetzt haben wir ein extra button logistik wo wir halt sehen die jobs etc pp und wenn wir hier mit micromanagement erforscht haben haben wir denn hier auch noch zwei weitere buttons ich werde mal schnellen vorlauf machen ist ja gerade schlafenszeit so hier oben wenn man über über die forschung rüber gehen sehen wir auch die prozente also knapp 40 prozent haben wir im das warten wir jetzt noch schnell ab so stationierung war klar ich sehe gerade das sollte ich vielleicht auch noch rot machen damit die zellen auch als rot deklariert werden so gut wir warten wie gesagt die forschung schnell ab weil da ist so der der hauptpunkt die wichtigste die wichtigste neuerung so wo hatten wir denn hier unsere hier so 85 prozent gleich sind wir fertig und ich bin immer sehr begeistert von diesen monatlichen updates bei prüsen architect für die gut kann ruhig auch von mir aus noch alpha bleiben wenn da wirklich jeden monat ein update rauskommt dann ist das ziemlich geil so klingeling und wir machen mal kurz pause so jetzt haben wir hier bei logistik noch zwei weitere buttons gekriegt kennen wir im prinzip auch schon von der vorherigen version diese ja welche die küche welche beziehungsweise die kantine welche zellen blöcke durch diese kantine versorgt werden beziehungsweise die über ihren sachen supply hatte ich ja schon mal erklärt 10 plus 14 also 14 werden gerade gekocht und zehn stück stehen schon da und benötigt werden würden 24 das gleiche klappt jetzt hoch mit der wascherei also wir können halt sagen die wascherei soll die übergangszelle versorgen und diesen zellenblock wer bewusst im prinzip diesen zellenblock den hätten wir zwar auch aber der ist ja high security und da sollen ja nicht unbedingt hier fangen der normalen sicherheitsstufe in eiern das ist eigentlich so erst mal die drei buttons kurz erklärt hier aber die küche wie gesagt und hier haben wir die allgemeine übersicht über die jobs da hat sich jetzt von der sache her nichts verändert außer dass halt wirklich man micromanagement erforschen muss ehe das funktioniert kostet hatte gar vergessen zu erklären 1000 öcken also relativ preiswert so jetzt kommen noch zur letzten wirklich sehr genialen neuerung bei der alpha 28 und zwar stationierung so und zwar ist es ja erwartet man problem gewesen entweder konnte man wachen stationieren fest also wie zum beispiel jetzt in der kantine exaktion einfach mal rein können auch mal vorwärts machen dass sich auch jemand stationiert und der bleibt dann da halt drin der bleibt halt wirklich 24 stunden drin es sei denn er ist erschöpft dann jeder halt raus jetzt haben wir aber die möglichkeit mal kurz pause und nehmen noch mal raus hoch jetzt haben wir aber eine sogenannte zeitleiste nun was macht diese zeitleiste ist eigentlich ganz einfach wir haben jetzt hier weil ich gedrückt habe einmal den weißen pfeil und einmal den roten pfeil der weiße pfeil ist die aktuelle zeit also die hier die läuft dann hier so weiter kann man nicht beeinflussen und wir haben diesen roten den können hin und her schieben so ja was kann man jetzt nur eigentlich machen ganz einfach wir suchen wir rufen unseren tagesplan mal auf und wir möchten jetzt im prinzip das zur zur speisung zur essensaufnahme oder wie man es auch immer nennen will also sprich frühstück mittag und abendbrot soll dort eine zwei oder drei wachen je nach größe der des gefängnisses muss man halt mehrere wachen oder sollte man mehrere wachen einstellen damit da keine prügeleien entstehen möchten wir jetzt da wachen stationieren gut wir gucken uns an von wann stehen die auf sechs uhr stehen so oft bis sieben also von sieben bis acht und soll dort eine wache stationiert sein okay als allererstes muss man sich in der zeitleiste den roten pfeil auf die jeweilige uhrzeit stellen dann drückt man einmal die wache und dann drückt man hier unten kann man noch eindrücken ich kann euch ja mal zeigen haben wir hier so verschiedene zahlen mit verschiedenen farben da das hier unsere erste stationierung ist nehmen wir mal die farbe grün und mit der 1 und die soll diese wache soll praktisch von sieben bis acht dort drin stehen so haben wir angeklickt so wenn ich jetzt den moment aber jetzt natürlich nicht nur weil fehler gemacht habe so sieben bis acht zapp zapp und zapp so und jetzt haben wir im prinzip die möglichkeit zu sagen die wache steht von sieben bis acht man sieht es hier also ich setze jetzt mal den pfeil auf null uhr was würde passieren wenn null uhr wäre gar nichts so wir scrollen weiter sechs uhr passiert auch noch nichts und um sieben uhr zack steht die wache wieder drinne um acht ist auch noch drinne und um neun ist wieder raus super sache das geniale ist halt die tagesplanbottiger noch behalten die super sache wir haben jetzt praktisch die wache 1 ich sage jetzt mal wache 1 kantine auf grün gebeindet das heißt wir können jetzt sagen von 13 bis 14 uhr soll dieses also zur mittagszeit soll dieses auch passieren also gehen wir wieder hier ist die 1 und die 2 zapp zapp so jetzt freuen wir weiter 12 uhr passiert noch nichts zack 13 uhr ist sie drinne 14 uhr ist sie drinne und um 15 uhr ist sie wieder raus so und das gleiche kann man natürlich auch zum armbrot machen sprich um 8 von 8 bis 9 also machen wir 21 und 20 und 21 uhr und wir scrollen wieder weiter zapp ist sie drinne so kann man natürlich das ist jetzt nur mal so für die essensplanung das kann man natürlich auch sagen hier aber zum beispiel noch für die küche dass da war zwei wachen dritte sind ist natürlich totaler schwachsinn so das kann man jetzt natürlich auch sagen naja wir haben ja zwei kantinen beziehungsweise ja zwei kantinen wo haben wir sie hier unten haben wir ja für die high security auch also machen wir doch auch gleich auch für die für den hochsicherheitstrakt so dass dort wir oben ist immer noch die wache drin dass dort auch eine wache drin ist beziehungsweise ja wahrscheinlich günstiger dass da zwei wachen drinnen sind also legen wir uns auch wieder auf grün weil grün ist einfach mal essenszeiten dort auch zwei wachen rein und wie ihr seht wenn ich weiter scrolle bleibt auf grün gebeindet die kantine und die da oben auch kann man eine großansicht machen vielleicht sieht er das wenn er vollbild macht sich das jetzt gut oben und unten oben ist eine und sind zwei und zum frühstück gleiches spiel so das haben wir noch nicht alle wir können natürlich auch sagen zu den arbeitszeiten sollen im prinzip auch wachen in der werkstatt zum beispiel sein weil die ist ja relativ unbeobachtet außer dass eine kamera drin ist soll im prinzip das gleiche stattfinden also machen wir wieder zehn uhr bis 13 uhr soll in der werkstatt jeweils eine wache sein kein problem wir scrollen wieder bis zehn stellen hier eine wache rein legen uns das ganze auf die zwei weil wir wollen ja nicht in konflikt mit der 1 kommen mit der kantine und gehen dann weiter bis 13 uhr und jetzt haben wir ja hier eine überlappung sprich um 13 uhr ist ja im prinzip schon eine wache in der kantine man sieht es da oben kein problem wir können entweder eine 2 überlegen oder sagen in der werkstatt soll auch eine wache drin sein so jetzt habe ich natürlich wieder blödsinn gemacht so und so genau so aber auf jeden fall müssen wir uns erst mal zehn und zwölf hier auflegen zehn elf zwölf passt so und jetzt seht ihr im prinzip hier ist noch ein weißes feld wo er nicht ist das freizeit da braucht erstmal könnte man noch jemanden auf dem hof stellen oder so kein problem soll es auch nur ein beispiel sein so und um zehn und zwölf sind ist eine wache in der werkstatt und passt darauf dass sie keine scheiße bauen und wie gesagt wir könnten um eins einfach um den übergang zu gewährleisten auch noch auflegen so und hier in der freizeit sind zwar daraus und geiler ist jetzt praktische kapazier auf die 1 auf grün und noch mal der wache liegt ihr seht kantine ist immer noch geblieben das problem an der sache ist dass jetzt hier auf grün hier jetzt auch eine wache drin steht macht also wenig sinn sprich wir können sagen wir legen wird auf die zwei oder auf die drei wenn wir das jetzt auf die zwei legen würden würden wir praktisch grün wieder überstreben denn wäre wieder niemand in der kantine also machen wir uns ganz einfach wir legen uns auf die drei und sagen in der werkstatt in der kantine und hier in der kantine so dass jetzt im prinzip zu dieser übergangszeit zwischen arbeit und essen wirklich alles abgedeckt ist also spricht die werkstatt da ist noch jemand drin und der wartet dann halt wirklich bis alle raus sind und in der kantine sind schon mal welche vor ort so bin ich jetzt noch auf 12 bis oben in der kantine niemand drin und bin jetzt auf 13 uhr ist noch jemand in der werkstatt und bereits jemand in der kantine und wenn ich weiter scrolle sollte eigentlich der aus der werkstatt raus gehen da ist er noch drinnen die ganze zeit und hier ist er raus aber kantinen sind besetzt so und hier ist dann im prinzip ja nichts mehr also da ist ja dann freizeit und da sind keine stationierung ja das kann man halt jetzt noch weiter spinnen man kann allerdings die klassenräume noch besetzen oder die wascherei zum beispiel wäre auch ganz wichtig das könnte man glatt mal machen so dann sagen wir hier wieder zurück zu anfang der arbeit also spricht zu der ersten zwei und dann stellen wir hier auch noch eine wache drin und dann bleibt die da wirklich so lange drin außer die farbe ändert sich also muss ich jetzt hier auch noch mal so und da ist raus eine super sache weil man einfach dadurch viel 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 personal spart weil wie gesagt in der vorherigen version war diese zeitleiste ja noch nicht drin ist etwas daher und man musste entweder sagen man lässt eine patrouille laufen die den halt auch nicht immer vor ort ist oder man stationiert jemanden fest der dann halt wirklich 24 stunden dort sein dienst tut und wie gesagt ist ja nicht notwendig weil ja nur zu bestimmten tageszeiten jemand in der werkstatt ist oder in der wascherei oder halt in den kantinen also für die kantine finde ich es am sinnvollsten und auch für die arbeitsbereiche weil dort gerade in der wascherei öfters mal die party abgeht ja das ist eigentlich so man kann das halt in alle auf alle räume beziehen die man gerne möchte auch in der küche wenn man sofern man arbeitskräfte für die küche hat kann man das halt auch festmachen sag ich jetzt mal oder auch für den hof wie sagt zur freizeit könnte man auch den hoch beruf belegen mit jemanden kann man sich alles einstellen ich kann ja mal gucken wie viele zeiten hier man also sieben zeiten kann man einstellen das ist schon recht umfangreich musik sagen und ich finde die umsetzung richtig genial gemacht mit dieser zeitleiste also ich habe auch eine also wenn man es weh ist es super einfach zu machen aber ich habe erstmal überlegt was sollen jetzt diese zahlen da und zwei so eine feile und dann habe ich mir das englische video angeguckt dazu und ja aha so ja also ich musste viel rumprobieren aber letztendlich habe ich es dann rausgekriegt die entwickler die die machen sich echten kopf und wirklich jeden monat kommt da ein neues release raus manchmal sind zwar bewusst bug fixes bei also keine neue sache sei mal implantiert wird aber meistens sind irgendwelche neuerungen mit dabei die alle wirklich auch super umgesetzt sind und ja auch wirklich sinn machen also begeistert mich halt jedes mal so jetzt kann man ja eigentlich mal gucken freizeit und da sehen wir schon es ist kurz vor vor erstens zeit wir hatten ja gesagt moment ich mach mal kurz pause stationierung halt nach der ist wahrscheinlich so stationiert aber nee der ist ja richtig ist ja richtig es ist ja kurz nach nach essenszeit und derjenige ist noch stationiert also bis 9 uhr sollte er dort noch stationiert sein können wir ranz kollen der ist stationiert und der eiert hier muss so rum und wir können ja mal schnellen vorlauf machen und mal gucken ob der um neun denn auch wirklich raus geht so zehn von neun haben was er musste zehn minuten ein glück heraus hin und schon ist der bus noch patrouillierend und keiner ist mehr drin aber gleichzeitig müsste demnächst und zwar um zehn müsste jetzt eine wache in der werkstatt erscheinen weg spüren wir noch mal schnell vor so halb zehn haben und drei theoretisch sollte um zehn uhr dort eine patrouille aufschlagen eine also eine wache die sich dort selbst statt selbstständig stationiert und siehe da da ist er pünktlich wie die maurer und der vorteil ist natürlich auch wenn da eine wache drin ist die kann dann sofort die türen öffnen da braucht niemand von außerhalb kommen und dann kann er hier los gehen super sache wie ich finde und natürlich auch in der wäscherei sehen war hat sich auch eine wache stationiert einwandfrei also wirklich eine super sache gerade auch beim personal spart ohne ende und selbst wenn man es denn per hand hätte machen müssen müsste man halt wirklich immer zu den uhrzeiten die stationierung um ändern also sprich arbeit ist vorbei ich muss in die stationierung klicken raus und dann muss ich halt immer wieder aufpassen auf den zeiten ist erstens wie gesagt ordentliche personal ersparnis beziehungsweise stress ersparnis um dieses zu ändern so ja das waren die neuerungen in der alpha version 28 die jetzt vor kurzem erschienen sind wie sagt normalerweise kommen jeden monat neues update raus und ja das macht halt das spiel aus also ich bin total begeistert davon gerade weil die entwickler so so viel herzblut darin geben und sich wirklich jeden monat hinsetzen und sagen ja hier das machen wir jetzt und ja im prinzip auf die community hören auf dessen auf deren wünsche und wo gibt es denn sowas heute noch ne also triple titel brauchen wir ja nicht drüber reden die klammer ich mal völlig aus und ich mag solche solche mittel mittlerweile muss ich sagen solche ja indie games oder low budget titel wirklich sehr weil einfach mal da viel mehr ja auf die auf die ja auf die auf die endkunden gehört wird so hatte hier natürlich auch noch misst gemacht hatte hier keinen abfall hingestellt die tode jetzt noch schnell nach so gut okay das waren die grobsten neuerungen die tier bei prison architect gibt dann gibt es noch eine neuerung jetzt hier mal zum let's play und zwar wird dieses gefängnis aufgegeben das heißt aufgeben wurde er dem fall heißen nur ich drücke escape erstelle ein neues gefängnis und fange wieder mit allen sachen von vorne an da gibt es aber hier im prison architect ein sehr gutes feature und zwar kann man hier unter gefängnis wert kann man hier entweder anteile verkaufen da würde für zehn prozent würde man 19.757 kriegen heißt im prinzip dass man anteile im gefängnis verkauft bis zu 50 prozent kann man verkaufen aber man kommt nur bekommt nur 70 prozent des verkaufspreises also das wollen wir natürlich nicht machen weil ich möchte ja gerne neu anfangen beziehungsweise neu anfangen weitermachen jetzt mal das heißt wir können unser gefängnis hier für einen wert von 200.000 verkaufen und das mache ich jetzt auch einfach und dann erkläre ich weiter so und dann kommen wir uns sind wir hier praktisch im erstelle ein gefängnis natürlich wie ein großes gefängnis ich möchte den nebel behalten der nebel ist im prinzip dass wenn keine wache in dem ort in dem bereich des gefängnisses ist wird so nach und nach dieses gefängnis schwarz also hat nichts mit einer beleuchtung zu tun es sei denn man hat eine kamera installiert dann bleibt natürlich sichtbar wälder möchte ich nicht und ich möchte auch keine niederlage bedingungen und wie ihr seht haben wir jetzt das startkapital von 200.000 muss ich anmarkieren so groß zapp 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 championship so das ist unser neues gefängnis beziehungsweise unser unser neues gebiet sag mal und wie ihr seht haben wir hier 230.000 wenn wir uns erinnern wir haben angefangen mit 30.000 wir haben jetzt im prinzip dieses dieses geld von dem alten gefängnis noch dazukommen und können jetzt im Prinzip mit 230.000 Euro starten, anstatt mit 30.000. Also sprich, es ist im Prinzip kein Neuanfang, es ist im Prinzip ja, es geht im Prinzip schon weiter, aber halt von vorne. Das ist jetzt, glaube ich, richtig erklärt. Vermutlich. Das geiler an der Sache ist, wir haben, also das ist nicht so geil, wir haben noch keine Forschung, aber wir haben wieder unsere Subventionen, die wir von Anfang an hatten. Also ich kann jetzt halt sagen, hier, grundlegende Haftanstalt, Verwaltung und schon haben wir 255.000. Wir haben alle Subventionen resettet sozusagen und können jetzt praktisch mit ordentlich Kohle ein richtig geile Chickity Fingness basteln. Oder habe ich auch schon eine Idee, beziehungsweise habe ich schon einen Plan. Das steht über einen Plan, wer einen Plan hat, ist meistens ganz weit vorne. Und ja, da würde ich sagen, beenden wir, sag ich mal, Season 1, ich nenne es einfach mal Season 1 von Prison Architect. Generell muss ich sagen, ich habe das sehr Freestyle gebaut. Einfach mal so, wie ich dachte. Kommt man nicht weit, muss man sagen, bei Prison Architect. Also jedenfalls nicht, um vernünftig Geld zu machen, etc. Man braucht schon einen Plan, auch wie es denn später aussieht, um nicht, sag ich mal, diesen in Anführungsstrichen Neustart zu machen. Es ist ja kein Neustart. Dadurch, dass wir die Kohle praktisch vom alten Gefängnis gut geschrieben haben, ist es für mich kein Neustart, sondern einfach mal, ja, wir bauen jetzt einfach ein zweites Gefängnis. Wir kommen zwar in das alte nicht hin, aber ist ja egal. Und letztendlich muss ich sagen, dass ich jetzt zum Ende hin lediglich da irgendwie Bus 900 plus hatte und Bus noch 3000 und keine Subventionen mehr. Also ich hätte jetzt im Prinzip im Let's Play einfach weiterlaufen lassen, bis ich genug Geld habe und das dauert ewig. Und ergo habe ich mich dazu entschlossen, lieber ein neues Gefängnis beziehungsweise, ja, ein neu erstelltes Gefängnis anzufangen. Und das ein wenig auch anders zu bauen, ein bisschen mehr Freiraum und so weiter. Na ja, werdet ihr alles sehen, möchte ich jetzt auch noch nicht vorgreifen. Ja, das ist so mein Plan und ich würde sagen, wir sehen uns dann in Season 2 wieder und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Die Alpha-Version hat ja geklärt und wie gesagt, wir sehen uns in der Season 2 wieder, die im Januar starten wird. Das ist man so und so nebenbei. Jetzt über den Feiertage und zwischen den Feiertagen mache ich keine Videos. Das ist hier so erstmal das letzte Video und dann geht es am 5. Januar geht es dann wieder weiter. Ja, das mal nur so nebenbei erwähnt. Gut, dann klinge ich mich hier aus und wie gesagt, wünsche natürlich allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ist natürlich jetzt schlecht dadurch, dass bloß noch ein Video kommt, dass vielleicht ein paar Leute die Grüße jetzt nicht bekommen, aber naja, ist halt so, wa? Gut und wie gesagt, wir sind uns dann frisch, fromm, fröhlich, frei im neuen Jahr wieder. Wie gesagt, 5. Januar ist es dann wieder los. Ich hau rin und bis denn, euer Sainty LP. Sainty LP.